nächstes level ist dann glaube ich schon das letzte level ich bin mir gerade gar nicht sicher ob das schon das letzte level ist könnte gut möglich sein hoch und schub vollidiot wir fahren weiter hoch nehmen das mit das ist ein bisschen unpassend eigentlich haben wir schon ein level was fahrstuhl waren heißt und das hat eigentlich wesentlich eher die ziel verdient fahren wir jetzt hier nochmal da war das da komme ich glaube ich nicht rüber ohne es mitzunehmen dieses geräusch werdet ihr auch nach kürzer zeit lieben jetzt schon liegt die glitt auf meinen kopf und spaß kommen wir jetzt hier raus ja in der luftverlangen dann fallen wir jetzt noch mal hier runter das funktioniert großartig mehr fahrstühle ach so hier kommt man dann so raus ja 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 wir wollen jetzt glaube ich genau das noch mal mit sehr gut dass wir das liegen gelassen haben dann wollen wir jetzt hier raus na genau da kommt schon wieder so ein vollhorst da haben wir noch keine schlüssel für da kann man auch nicht hoch da sind wir nach Confused you, your perilousy low intellect will accelerate your demise in my maze. Ja. Das englisch. Du kommst jetzt hier runter, na genau. Voll aus. Zack. Zack. Ja, Maze. Maze my ass. So, nun kommen wir hier leider nicht mehr runter, das ist ein bisschen ärgerlich. Und, ja, soviel zum Thema Maze, äh, ich, ah, ich weiß jetzt gar nicht, haben wir, ah, Mann, Duke, spring. Ich weiß jetzt gar nicht, was wir hier jetzt überhaupt verpasst haben, ob wir überhaupt irgendwas verpasst haben. Joa, keine Ahnung, ist mir auch egal. Vielleicht, ähm, blende ich das Level nochmal kurz ein oder so, oder den Bereich, den wir verpasst haben. Ja. 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 Ja.